Nach dem ARD ausbahnt sich bei Beatrice Egli neuer Ärger mit DSDS-Jury-Chef Dieter Bohlen an. Beatrice Egli, ihre Beatrice Egli-Show wurde ins dritte Programm verfrachtet. Die Überraschung war groß, als Beatrice Egli, 35, vergangenen Monat verkündete, dass sie dieses Jahr in der Jury von Deutschland sucht den Superstar sitzen wird. Jetzt ist die Anspannung besonders groß. Denn wenige Monate vor Drehbeginn für die Castingshow muss sie eine fiese Klatsche einstecken, ihre Beatrice Egli-Show wurde von der ARD eiskalt abserviert. Das Format wird künftig nur noch in den dritten Programmen SWR, NDR und MDR zu sehen sein. SWR-Programmdirektor Clemens Pratzler erklärte die Entscheidung so, die Beatrice Egli-Show sei eigentlich nie fürs Erste konzipiert gewesen. Dass sie zweimal den prominenten Sendeplatz in der ARD bekommen habe, sei eine Chance gewesen. Bea ist sicher trotzdem enttäuscht, künftig ins Regionalprogramm abgeschoben zu werden. Beatrice Egli, kommt es bei DSDS zum Streit mit Dieter Bohlen? Nicht zu vergessen der Druck, der nun auf ihr lastet. Denn die Erwartungen der Zuschauer, dass sie in der DSDS-Jury einen guten Job machen wird, sind jetzt natürlich umso größer. Und auch Jury-Chef Dieter Bohlen, 70, wird die Schweizerin sicher genau beäugen. Nachdem sich der Pop-Titan gerade öffentlich gegen ihre früheren Vorwürfe währte. Sie nach ihrem DSDS-Sieg 2013 nicht genug unterstützt zu haben, gilt das Verhältnis der beiden als ziemlich angespannt. Hoffentlich hält die Blondine dem Druck von allen Seiten stand.